Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um das Thema Carbonsäuren bzw. Alkansäuren. Dabei gehe ich auf den Aufbau, die Namensbildung ein, sowie auf die funktionelle Gruppe, die homologe Reihe und abschließend gebe ich noch einen Ausblick. Alle Verbindungen, deren Moleküle einen organischen Rest und eine oder mehrere Carboxygruppen aufweisen, werden als Carbonsäuren bezeichnet. Es gibt einen organischen Rest, hier mit R dargestellt, wenn man von Alkansäuren spricht, stellt das R einen Alkylrest dar. Die Ausnahme bildet hier die Methansäure, bei der für den organischen Rest nur ein Wasserstoffatom eingesetzt wird. Weiterhin ist am organischen Rest mindestens eine Carboxygruppe als funktionelle Gruppe gebunden. Um das zu spezialisieren, Alkansäuren sind alle Verbindungen, die aus einem Alkylrest und einer Carboxygruppe bestehen. Kommen wir nun zur Namensbildung der Alkansäuren. Alkansäuren sind Derivate, also Abkömmlinge der Alkane. Ich muss das Wort nur auseinandernehmen. Ich habe von den Alkanen abgeleitet den Wortstamm ALK. Der steht für die Anzahl der C-Atome im Molekül. Von den Alkanen weißt du, dass das die Endung der Alkane ist. Letztendlich gibt der Mittelteil an, dass die C-Atome im Molekül, hier von der Alkansäure, über Einfachbindungen miteinander verknüpft sind. Dann gibt es noch die Endung Säure. Die zeigt an, dass die funktionelle Gruppe eine Carboxygruppe ist. Gucken wir uns das an einem Beispiel an. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag ist die Ethansäure, besser bekannt als Essigsäure zum Würzen von Speisen. Wir können auch hier das Wort auseinandernehmen. Der Wortstamm heißt ETH. Der steht für zwei C-Atome im Molekül, die über eine Einfachbindung miteinander verbunden sind. In diesem Ethansäure-Molekül gibt es eine Carboxygruppe. Bei der Formelerstellung muss ich darauf achten, dass das C-Atom der Carboxygruppe, also das hier, insgesamt zur gesamten Anzahl der C-Atome im Molekül dazugezählt wird. Ethansäure besteht also insgesamt nur aus zwei C-Atomen. Das ist die vollständige Strukturformel der Ethansäure, also der Essigsäure. Wie gesagt, ich habe zwei C-Atome, die über eine Einfachbindung miteinander verbunden sind. Dieses C-Atom gehört dazu, aber letztendlich bildet es zusammen mit den anderen Bestandteilen die Carboxygruppe, also die funktionelle Gruppe. Wie gerade schon gesagt, ist die Carboxygruppe die funktionelle Gruppe der Alkansäuren. In dem Wort funktionelle Gruppe steckt natürlich drin, dass die C-O-O-H-Gruppe eine bestimmte Funktion haben muss. Die Carboxygruppe ist also eine Atomgruppe, die die Eigenschaften eines Stoffes wesentlich mitbestimmt. Die Carboxygruppe reagiert beispielsweise als Protondonator und ist somit für die saure Reaktion verantwortlich. Im Prinzip ist die Carboxygruppe eine Carbonylgruppe, an die eine Hydroxygruppe gebunden ist. Auch die Alkansäuren bilden eine sogenannte homologe Reihe. In dem Fall ist es die homologe Reihe der Alkansäuren. Unter einer homologen Reihe versteht man eine Reihe ähnlicher organischer Verbindungen, bei denen sich die Moleküle aufeinander folgender Glieder jeweils um eine CH2-Gruppe unterscheiden. Wenn man sich die homologe Reihe der Alkane anguckt, angefangen hier links bei der Methansäure, gefolgt von der Ethansäure, Propansäure, Butansäure und Pentansäure, das sind einfach mal jetzt stellvertretende Säuren dieser homologen Reihe, die ich mir ausgesucht habe. Jedenfalls ist zu sehen, dass jedes aufeinanderfolgende Glied sich um eine CH2-Gruppe unterscheidet. Wenn ich also von der Methansäure HCOOH zur Ethansäure gehe, CH3COOH, so sehe ich den Unterschied dieser beiden Säuren, nämlich sie unterscheiden sich in der CH2-Gruppe. Alkansäuren haben oftmals Trivialnamen. So ist die Methansäure viel mehr bekannt als Ameisensäure, die Ethansäure wie gesagt als Essigsäure und beispielsweise die Butansäure als Buttersäure. Die allgemeine Summenformel der Alkane lautet CNH2N plus 1COOH. Hierbei muss ich allerdings das C-Atom der Carboxy-Gruppe beachten. Man könnte die allgemeine Summenformel auch mit CNH2NO2 angeben. Hierbei wird allerdings die Carboxy-Gruppe nicht sofort ersichtlich, was ich persönlich ungünstig finde. In der Natur findet man Carbonsäuren mit zwei oder mehr Carboxy-Gruppen. Eine typische Dicarbonsäure mit zwei Carboxy-Gruppen ist die Ethan-Disäure, besser bekannt als Oxalsäure, die im Rhabarber zu finden ist. Carbonsäuren, die neben der Carboxy-Gruppe auch eine oder mehrere Hydroxy-Gruppen beinhalten, nennt man Hydroxy-Carbonsäuren. Solch eine typische Hydroxy-Carbonsäure ist die Milchsäure, die beim bakteriellen Abbau von Milchzucker gebildet wird. Enthalten Carbonsäuren neben der Carboxy-Gruppe ein oder mehrere Aminogruppen im Molekül, gehören sie zu den Aminosäuren. Zusammenfassend halte ich fest, dass man vom Grundlagenwissen der Alkane bei dem Thema Alkansäuren viel ableiten kann, beispielsweise in Bezug auf die homologe Reihe. Carbonsäuren spielen in unserem Alltag eine große Rolle. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig!